Herzlich Willkommen zur 295. Folge der Ressource der Sowjet Republik Hier geht es weiter Hier ist mal wieder ein Zug, der zu lange warten muss Ja, es ist doch klar, die Leute müssen hier hinten hinfahren Wenn du da warten willst, dann musst du halt warten Du kannst ja auch hier im Depot zusammen warten Oh, da hat man hier Fenzen Und hier unten ist die Kapazität der Fenzen nahezu erschifft Die Feuerwehr steht im Staun Die können uns von unserem Feuerwehr verabschieden glaube ich Aber wieso überholt die Feuerwehr nicht einfach? Das ist doch kacke Ach was, das kann man mittlerweile so einfach aufbauen? Ja, das ist so chillig So, hier wird rumgerollert Du bist fertig Da ist noch kein Alarm Eier, Rudel und Fleisch brauchen wir Wie viel Fleisch brauchen wir dann wohl im Monat? 52 Tonnen Das heißt so, round about 2 Tonnen pro Tag 1,1 Ah, das kriegen wir nicht hin Schlachthof 250 Tonnen 52 Tonnen 52 Tonnen 52 Tonnen 53 Tonnen Okay. Das war ja auch nicht so, ich bin so, ich bin so, ich bin so. Okay. Echt jetzt? So, und die dazu. Straße, 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 und Verpistelung. Oh, mein Fahrzeugtyp. Der macht aber noch keinen Sinn. So, die Frage ist, ob wir hier vorne einen Umschlagbahnhof hinsetzen. Wo wir erstmal alles... oder hier. Wo wir erstmal alles reinladen. Okay. 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 Und von dort aus dann hier runter verteilen. Äh, äh, was ist denn hier los? Äh, wie willkommen ist es hier hin? Um... Wir nehmen jetzt mal die Beine ganz kurz raus. Okay. Okay. Wo wollten wir denn da hin? Ach so, wie hier vorne alles, ne? Okay. Okay. Beton, 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 Beton. Das sind 43 Tonnen. 46 Tonnen. So, da kommt einiger von da, da kommt einiger von da. 60 Tonnen. 70, 73 Tonnen. 80 Tonnen. 80 Tonnen. 80 Tonnen. 80 Tonnen. 80 Tonnen. Ja, die über alle Ziegelsteine haben. Da fängt es jetzt an eng zu werden. 18 Tonnen nur noch. 6 Tonnen. Es gibt keine Feuerwache. 50 Tonnen. 24 Tonnen. Gut. Dann f께서 die Hütte halt ab. So, und ihr macht alle. Ja, ihr wollt auch betonen. Die fahren jetzt alle zu der Burke hinten. Ah, die Ziegelfabrik auch. Heute sieht gut aus. Aber da wird es gleich Probleme geben. Mit der Kohle. Wenn sie hier weiter so viel rausprügeln. 43 Tonnen. Ja, Feuer zerstört an der Burke. Das war aus dem Vertriebs. Ich hoffe, die Einstunden bleiben dann auch darin. Bleiben sie aber. 800 Tonnen noch. 87 Prozent. Und ihr seid alle auf dem Weg nach hinten. Ja. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, da kommt gleich der nächste Baubschnitt. 31 NDR. So, das war's. Verhalten. Verhalten. Aber gut, im Moment sind eh keine Fahrzeuge frei. Deswegen kann hier hinten noch nichts gebaut werden. 58 und 34. Sind halt alle am Fahren. Ist hier irgendwer hin unterwegs? 4 sind unterwegs dahin. 4 sind unterwegs. 5 sind unterwegs. 10 Fehler und 10 Dings. 10 Ernte. CK4, CK5, E500. E500. Genau. Fahrt hier schon mal raus. So, habt ihr das jetzt hier? Hier fehlen noch Ziegel. 14 Tonnen. Puff. Und jetzt ist es so. 700 Tonnen Ziegel. Aber wir haben halt keine freien Fahrzeuge hier. Und die arbeiten hier Vollgas. Aber mehr auf 80% haben sie es halt noch nicht geschafft. Und jetzt kommt halt schon der nächste große Ansturm. Mordkonstruktionsbüro. Kaufen. LKW. Gesamtkapazität. Stahl. Zähl. Stahl. Stahl. Fertig. Bauchmil. Bretter. Fahrt mit dazu. Wir brauchen jede freie Stelle jetzt hier. Aber die Wege werden halt auch nicht kürzer, ne? Und jetzt haben wir das Problem, das wir eben auch hatten. Die lassen dann noch ein bisschen was raus. Aber es wird jetzt halt hier schon wieder eng. Die wollen jetzt von da hinten auch rein. Die von rechts müssten eigentlich unterbinden. Leute, ihr müsst da auch Dings rauslassen. Die müssen auch Fahrzeuge rauslassen, die nach da wollen. So. Und das ist nämlich jetzt das Problem, dass die jetzt hier gleich nicht mehr rauskommen. Die wollen nämlich jetzt nach links und dann stehen wir da wieder. Ja, ja. So ist doch schon mal gut. Und jetzt mal ein paar Fahrzeuge raus. Ja, genau. Ja, nein, 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 nein. Ah, da kostet ein Defekt oben rum. So, und jetzt stehen sie nämlich wieder. Oh, ne, der hat noch, ah, gerade noch so hinbekommen. Und dann brauchen wir da jetzt Shawn. Und dann nochmal das Wasser und das Wasser. Und dann mal das Wasser und das Wasser. Oh, doch noch gerade noch mal wieder gerettet. Alter, es ist eng hier. Es ist verdammt eng. Klappt, klappt. Da wird noch beladen. Da wird noch vier beladen. Ja, wer wird loslassen? Komm, noch ein Duckel, noch ein Duckel. Ja, 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 wunderbar, wunderbar. Jetzt können wir ein paar rausfahren. Jetzt können wir ein paar viel mehr rausfahren. Da kommen auch alle noch wieder. Es sind wirklich alle, es sind alle unterwegs. Losbeladen, 80%. 67% nur noch. Wie sieht das hier dann aus? Gut voll. Dann wird auch noch alle noch mal neu beladen werden. Von hier vorn aus, der Stor wird weniger. So, der will sogar jetzt noch längs weg. Ja, die waren alle hin zur Brücke, ne? Okay, der Stor wird schon länger. Ach, ist doch alles Mist. Staple kann man holen, wenn ich noch. Aber nein. Es kommt zumindest die Feuerwehr an. Die kommt auch noch rechtzeitig an. Gott sei Dank. Stauzt sich hier schon wieder stärker. Fahrzeuge durchlassen, Fahrzeuge durchlassen. Ja, können wir hier rausfahren. Ja, Gott sei Dank. Können alle rausfahren. Wunderbar, haben wir die alle raus. Die beiden müssen auch noch gebaut werden. Wieso fährst du hier rein? Du kommst voll hier an. Achso, Ziel Eisenbahn. Alles klar. Dann ist das erlaubt. Kannst reinfahren, kannst gleich wieder durchfahren. Okay, es wird weniger. Da haben wir schon ein Wachstum drin. 311 Tonnen auch. 384 Tonnen auch. Aber wir sind wahrscheinlich 80.000 Fahrzeuge unterwegs. Ja. Gut, es wird nicht besser. Nächste Baustelle. Zug. 18 Arbeiter, 277 Passagierinnen. Wo wollt ihr denn alle hin? Arbeitslosigkeit ist wieder bei 90. Wir bräuchten unter Umständen mal ein paar mehr Fahrzeuge, die hier sind alle noch unterwegs. Wirklich alle. Ich wollte gerade sagen, sie sind fertig, aber sie sind sie ja nicht. Fertig, fertig, fertig. Die beiden Braucher noch, da fehlt, aber Arbeitskräfte. Ziel ist und dann kommt noch Asphalt dazu. Das ist aber dann kein Problem mehr. Aber wir haben jetzt gerade relativ viele Arbeiter da, aber relativ wenig Ziegel. Nichts mehr, nichts mehr. Guck mal, da kommen gleich zwei Stück hintereinander. Und oben, da fehlt halt einfach noch 227 Tonnen. Ja, 60 Tonnen. Puff. 10 Tonnen. Zack, erledigt. Fehlen noch fünf Fahrzeuge. Zwei kommen da. Drei kommen da sogar. Da kommt noch einer. Das Problem ist, die sind jetzt fertig, ne? Das heißt, jetzt wollen die da 200 Tonnen Asphalt haben. Ah, und jetzt gucken wir oben welche an. Toll. Katastrophe, ey. Frachtbahnhof 2. Das ist der hier oben. Raus mit euch, raus mit euch, raus mit euch. Weil gleich kommen die Asphaltfahrer. Geht schon los? Noch nicht. Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn ihr dann hier fertig sein würdet. Ja, wir haben jetzt auch hier überall wieder Fahrzeuge, offene Fahrzeuge übrig. Das ist gut. Stau, hier ist abgearbeitet. Ihr habt alles unterwegs. Wunderbar. Ich bin begeistert. 175, da kommt das jetzt so. Und jetzt geht's los. Puff. Und bitte. Lass es die nächsten Spiele beginnen. Da fahren sie. So, jetzt sind wir aber schon hier bei 36 Minuten. Die bei 32 Prozent. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal wieder mit dabei sind. Ich hoffe, dass ihr da seid. Tschüss. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.